Jo Leute! Das Spiel wird vorbereitet. Das Spiel ist fertig. Gut, es geht los mit Gears of War. Auf dem Ende des Spiels. Für die Xbox One. Ich habe jetzt nur einmal Gears of War 4 angezockt. Bei 2-3 Stunden. Also kann ich euch zerren. Wie das so ist. Das Spiel sofort mit Gears. Los geht's! Start. Und eine Zeit lang herrschte ein rülberischer Frieden. Ist doch wohl. Mist so. Die Pfein. Damit sie mich hat geankommen. Dann wurden die kapferen Widerstand. Und, wir brauchen. Nach Milliarden von Toten entzogen sich die Menschen der Feindherrschaft. Indem sie ihre Zivilisation zerstörten. Nun sind es der lange Kampf gegen jede Wahrscheinlichkeit in ein letztes, verzweifeltes Ausbegehung. Jetzt erfahrt die Ultimate Edition. Was man sagen kann, was bei der Originalversion ist, ist der erste in seiner besten Form. Das Brand der Rechnung in 1080p, die gasiert mit 5 neuen zusätzlichen Kepagnen-Kapiteln, die niemals auf der Konzert veröffentlicht wurden. Na gut. Kampagne. Na gut. Kampagne. Einzelspieler. Neus und Daniel. Ich bin auch flässig. Ich bin nicht so rot im Spielen. Ja gut. Und jetzt geht's. Wir verproben. One. Ich werde auch die 2 und 3 einschätzen, meine ich und die 4 das rein. Nur bei 2 und 3 bin ich mir nicht sicher wegen der Sprache. Aber ich denke, ich bin immer auf Englisch. Mal schauen. Was macht ihr hier? Nicht befreien. Hier, zieh das an wie du es brauchst. Dafür kannst du eine Menge Entfernung bekommen. Nein, die Lage hat sich geändert. Wir sollten gehen. Und die anderen Spangenen? Wir können sie doch nicht hier lassen. Sie sind weg. Hoffmann hat alle Wigner nicht. Sieh mal an. Wen kommt der Einsatzrat? Ach, Scheiße. Was war das? Nee. Wir haben zwar Vögeligkeit. Wir gehen meinen Weg zurück. Das dauert, ist aber sicher. Oder wir gehen durch die Gefängnisblöcke und setzen uns den Kampf aus. Deine Entscheide. Ich war schon immer. Ja, ja. Nehmen wir uns die Gefängnisblöcke vor. Ich bin heiß. Der Hölle ja. Das machen wir. Auf geht's. Sechs Vier hier Delta II. Wir sind unterwegs. Ende. Wir verstanden. Wir liegen jetzt los. Sechs Vier in Position. Fox1, Fox1. Sechs Vier hier Delta II. Nein! Nicht schießen! Wir sind im Gefängnis! Over! Frater! Halt die Feuer! Schneid die Stadtverländer! Wenn die Zentrale wüsste, was ich hier mache, säße ich in der Scheiße! Los! Na doch, das passt schon! Kommi, kommi, kommi schon! Jetzt war's auch doch! Kommi, kommi! Wie ist das? Was zum Teufel geht deinem Gefängnis ab? Das willst du gar nicht wissen! Boni? Was ist denn da? Scheiße! Markus, der Turm! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Mit der Schuhmass da! emand von B-Bates Conference D Handy! Roger! I'm not here! What? Come on! Gott, schaff dir die Karte! Yes! Hansen! Leve! 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 Let's go! Oh, ja. Boom, baby! Oh, ja. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie kommen durch die Tür, in Deckung! Ja, hier kommt man in Deckung. Einmal kann ich. Achtung, Sie kommen! Babys! Daddy ist hier! Du kannst gehen!